So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Legionary Potter, die Jahre 1 bis 4. Wir sind im dritten Jahr, jetzt in der dritten Episode. Wir befinden uns noch im Gemeinschaftsraum der Gryffindors. Dann gehen einfach mal raus. Suchen uns das nächste Level, der Geist zeigt uns, wo wir hin müssen. Im Treppenhaus nach unten, in die Halle. So, dann einmal einfach geradeaus in die nächste Halle und dann nach rechts rüber und hoch. So, nicht in Verzauberung gegen die dunklen Kinste, sondern hier rüber. Aber das scheint auch Verzauberung gegen die dunklen Kinste zu sein, weil da ist Professor Lupin. Und Professor Lupin zeigt jetzt Harry hoffentlich den Zauber mit den Kisten. Den Ridiculus. Joa. Worüber Harry am meisten Angst hat, ist wohl ein Dementor. Den Dementor-Zauber können wir. Oder lernen wir jetzt. Wir haben den schon im Auswahlmenü. Das heißt, wir müssen jetzt einfach mal so eine Kiste aufschießen. Dann kommt so ein Dementor raus. Und wir wenden den neuen Zauber an und machen ihn platt. So, Kiste Nummer 2. Damit haben wir jetzt schon zwei Dementoren von 5. So, dann war hier noch eine Kiste. Dann müssen wir jetzt erstmal den Wichtel wegmachen. Einen nach Dagens Schiefen. So, dann kommt die Kiste runter. Die schießen wir hier auf. So. Irgendwie, wenn wir zu nah dran sind, dann... Ja, okay. So, jetzt brauchen wir noch zwei Kisten. Jetzt haben wir das Grammophon angeschossen. Das macht mir ein bisschen Musik und kein Geld. Hier ist noch eine Kiste. Können wir die Ranken wegmachen. Dann können wir die Kiste aufschießen und den Dementor bewegen. Gut, eigentlich ist es ja kein Dementor, weil es ist ja eigentlich ein Gewicht, der sich nur in einen Dementor verwandelt. Das heißt, der ist nur halb so gefährlich. So, jetzt haben wir hier Teile aus dem Schrankgeschoss. Das ist eine Kamera. Das ist eine Kamera. Wenn wir die Kamera anschießen, dann läuft hier ein kleiner Film. Einem Zauberer, der mit einer Kiste kämpft, dann schießen wir doch mal dagegen. Und der Zauberer gibt uns eine Kiste, die schießen wir auf und rauskommt Überraschung, ein Dementor. So, das war unsere Nummer 5. Und jetzt haben wir Expecto Patronen freigeschaltet. Den Zauber gegen die Dementoren. Dafür gab es sogar einen goldenen Stein. Und Harry ist hier fertig. Wir können hier rausgehen. Hermine und Frank warten schon vor der Tür. Dann gucken wir mal, wo der Geist sagt, müssen wir als nächstes hin. Wieder zurück. Und hier hoch. Stimmt, da drüben runter. Die Schüler hier frieren immer noch alle. Jetzt geht es wieder auf die Ländereien. Da waren ja eben schon Dementoren. Jetzt können wir die endlich besiegen. Wir sind jetzt schon mal weg. Und dann müssen wir in Hagrid's Hütte. Ja, gibt's was warmes zu trinken. Da hat er sich Rons kleine Ratte versteckt. Bei Hagrid. Ach ja, Seidenschnabel soll ja hingerichtet werden, weil er Draco angefallen hat. Und jetzt kommt der Dumbledore mit dem Zaubereiminister und dem Henker. Das hat Tretze den Ron auch noch gebissen. Und er ist ganz ungünstig unter der peitschen Weide. Und da kommt ein großer schwarzer Hund. Den kennen wir schon. Das ist der, der am Anfang Parasel gefahren ist. Und der schnappt sich jetzt den Ron. Und wir müssen den jetzt mal verfolgen. Dazu müssen wir aber erst an der Weide vorbei. Nein! Ihr müsst da rein. Und dann eins von den gelben Dingern abschießen. Und dann geht so ein... Das ist so eine von den Wurzeln. Geht dann weg. So, während die Weide hier ein bisschen rumtobt. Wir müssen noch ein paar Bühnchen kaputt machen. So. Die zweite Wurzel ist weg. Jetzt noch eine. Da war ein Maulwurf. Den konnten wir auch noch wegschießen. Nicht nur Domen, die man da wegschießen kann. Da haben wir ein bisschen Geld eingesammelt. Jetzt kommt der Arm. Und dann können wir den letzten... Da müssen wir treffen. So. Damit ist die letzte Wurzel auch weg. Und wir können da unten rein. Wir sind in einer... In einer Höhle. In einem unterirdischen Gang. In so einem Ranken. Die sich auftun wie eine Brücke. Hier geht's runter. Da springen wir mal. Da passiert nichts bei der Blume. Bei der Blume kam ein Eins von Fün. In einem Rampfen. Da kommt er hin. In der Höhle. In der Höhle. Damit auch nicht. Voll, jetzt stehen wir hier unten. Was müssen wir denn tun? Das Ding einfach anschießen. Dann rollt da ein kleiner Ball. So. Eine braune Ranke anschießen, dann kommt der Ball runter. Jetzt können wir die Blume anschießen. Jetzt passiert was, und zwar gibt die Wasser. Die Blumen, das nun mal so machen. Und aus der kleinen grünen Kugel, das war wohl ein Same, ist eine Pflanze gewachsen und die können wieder hochklettern. Und können weitergehen. Über diese Pfeile hier. Mal nach oben. Und hier müssen wir diese zwei Kübelchen runterschießen. Und dann können wir die mit dem Guardian da in diese kleinen Containen reinpacken. Die Kübelchen haben die Containen gestoppt. Die sind kaputt gegangen. Und dadurch haben wir jetzt hier die... Ach, wir haben aber was vergessen, ne? Die kommen ja jetzt hier gar nicht durch. Wir hätten noch die... die Gewichte von den kleinen Ranken nehmen müssen. Jetzt müssen wir nochmal zurück. Hier war auf jeden Fall noch eins. Halt! Nimm mich mit! So. Und hier war auf der anderen Seite von den Dingern da oben war das mit der roten Ranke. So. Jetzt ist der Weg frei. Und wir kommen da durch. Dann nochmal den Weg zurück. Und nach oben bitte. Danke sehr. Und hier ist eine Treppe. Und wir befinden uns jetzt in der heulenden Hütte. Wir haben Ron gefunden. Und auch Sirius Peck. Und da kommt Professor Lupin. Die zwei sind alte Freunde. Und da kommt Professor Snape. Die sind nicht ganz so alte Freunde. Okay. Zumindest kennen sie sich schon länger. Aber Freunde sind sie keine. So. Jetzt müssen wir aber die Ratte fangen. Und da wo es wackelt. Da. Und im Kamin. Und der Sessel. Und der Sessel. Und überall. Und überall. Wie ihr seht, kommen da so Teile raus. Jetzt das Klavier. Und die Couch. Und die Kommode. Und jetzt haben wir alle Teile zusammen. Und können die zusammenbauen. Und haben eine riesige Mausefalle. Und dann hoffen wir mal. Natürlich. Lockt das eine Ratte an. Und siehe da. Es ist keine Ratte. Es ist Peter Pettico. Was man auch schon erkennen konnte. An den Zähnen. Tja. Und damit wäre bewiesen, dass nicht Sirius Black den Peter Petticoot getötet hat. Sondern dass er das Ganze inszeniert hat. Oh je. Und jetzt erfahren wir auch, warum... Warum der Professor Lupin Angst vor Vollmond hat. Weil er ist ein Werwolf. Und der schwarze Wolf, das ist Sirius Black. Er kann sich genauso in ein Tier verwandeln wie der Peter Petticoot. So. So. Der Ron ist noch verwirrt. Und... Wir machen dann einfach mit Hermine und Harry weiter. Wir machen die Ranken hier weg. Und bauen aus den Steinen, die darunter lagen, eine Box. Eine fliegende Box. In der Box waren zwei Teile. Ein blauer und ein gelber. Mit den zwei können wir eine kleine Treppe bauen. Und dann kommen wir hier hoch. Hier haben wir dunkle Magie. Und da brauchen wir jemand Starkes. So. Hier ist ein kleiner Blauer. Ich habe hier einfach mal ein bisschen was kaputt gehauen. Und bevor wir hier weitermachen, irgendwas aufsammeln, buddel ich hier mal noch. Dann kriegen wir nämlich den Kessel. Durch die Sachen, die wir hier aber schon kaputt gehauen haben, ist hier der Zahn schon. Und dann können wir hier ein Skelett zusammenbauen. Das gibt uns dann hoffentlich gleich seinen Arm. Jawoll. So. Und dann sind hier so Kügelchen. Die können wir pflanzen. Drei Stück. Und bei der letzten kommt dann natürlich die Blüte. Jetzt haben wir den Trank. Um stark zu werden. Und können hier ziehen. An der Kette. Und gehen die... Diese Dinger hier hoch. Ich glaube, da muss ich mit Hermine hoch, weil ich sehe da kleine Pfötchen leuchten. Dann müssen wir... Ja, Hermine. Einmal hoch, bitte. So, jetzt mit der Katze. Und einem Graben. Und schon kommen die kleinen Kobolde. Oh, und wir haben den wahren Zauberer. Die kleinen Kobolde haben uns hier eine Leiter hingemacht. Dann gehen wir mal mit Harry mit. Eine Leiter. Und da kommen Spinnen. Und da kommen Spinnen. Und noch mehr. Wo war's das jetzt? Und dadurch... Ah, jetzt wurde hier... Wo sind hier Teile? Die wir zusammenbauen können. Zu einem Pilz. Und auf den Pilz können wir dann springen. Auf den Abschnitt. Und es geht weiter mit Sirius und Remus. Und da wurde der Wehrwolf von einem anderen Wolf abgelenkt. Und wir folgen Sirius, der bewusstlos am See liegt. Und es wird kalt. Und es wird kalt. Das ist kein gutes Zeichen. Denn das heißt, jetzt kommen Dementoren. Und es kommen mal mächtig viele Dementoren. Die Harry alleine nicht schafft. Aber da kommt ein leuchtender Hirsch ihm zu Hilfe. Und da kommt Dumbledore. Und rettet die beiden. So, das war die nächste Episode. Den wahren Zauberer haben wir diesmal geschafft. Haben ein paar Stuts eingesammelt. Den goldenen Stein haben wir für das abgeschlossene Level. Und für den wahren Zauberer. Und damit sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Und das ist das Gконste der鳥. Und das ist das Wernende Zauberer. Und das war uns wieder. Die Wernende Zauberer ist das Wernende. Untertitelung des ZDF, 2020